Ja, tipptopp, ich hab keine Ahnung. Ich hab jetzt gerade ein bisschen gegoogelt, nochmal die Kommentare durchstöbert, aber in der aktuellen Folge weiß man davon leider noch nix. WTF, was ist mit dem los? Was war denn mit dem? War ich... Ah! Ah! So läuft das! Ja, wenn's so ist... Wie... ein bisschen unnötig, find ich das gerade. Muss ja echt gestehen. Das find ich grad ein bisschen sehr unnötig. Egal. Hauptsache es klappt. Yay! Also, hat sich da nicht viel geändert, es ist nur ein bisschen nerviger geworden als vorher. Ähm. Das essen wir mal eben eat. Eat the sheet. Da ist ne Feder. Äh. Das können wir mal eben da reinpacken, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Komm, heb's auf. Oh, das ist so klar, ey. Das ist so klar. Bam! Cool. So geht's natürlich auch, ne? So können wir die auch abschlachten. Das war jetzt aber eher Zufall, dass ich das so entdeckt hab. Gut. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich mein, macht eigentlich auch mehr Sinn. Also, es ist definitiv viel realistischer als vorher. Weil ich mein, was macht das für einen Sinn, wenn da einfach nur so ein Netz ist, die da reingehen und ich direkt Fleisch bekomme. Oh, oh. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Ich bin vielleicht verunsichert. Ja, gut. So bekommen wir wieder... Hä? Ist das da drin? What the fuck? Ist das jetzt verschwunden oder hab ich Hallos? So, und wer macht hier Fauchgeräusche? Was soll denn das? Oh, oh. Ach so, es wächst. Ich dachte schon. Was ist das? Ma! Ah! Okay. Dann gucke ich mal eben. Ich hab ein paar Rezepte rausgesucht. Ich hab da eine schöne Seite gefunden. Ähm. Ja, im Prinzip... Brauche ich dafür gebratenen Scheiß. Machen wir mal eben so. Dann braten wir den ganzen Kack mal eben. Yay! It works! It works! Nehmen wir das noch. Und ich reiche das Feuer dafür. Boah, ich hab voll den krassen Besuch, Mann. Voll viele Vögel bei mir. Ich brauche mehr Fallen. Ähm. Ja, Vögel natürlich noch. Abschlachten. Zack. Ach so, nein. Auf. Zack. Ab nach... Oben. Wo ist denn der ganze Mist? Hallo? Ja, toll. Vielleicht ein bisschen verbuggt. Minimal. Zack. So ist das geil, Leute. Ist das einfach nur das Geräusch, dass die Gräser wachsen? Kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen. Ist aber egal. Ah, toll. Immer noch kein Platz. Ähm. Braten wir den Scheiß. Bäm. Bäm. Ja. Sehr nice. Freilassen. Töten. Braten. Und was noch? Warte mal. Immer wollte ich noch braten. Ah, toll. Äh. Das haben wir noch. Was haben wir denn noch? Okay, verdammt. Aber das hier brauche ich. Nehmen wir das hier mal eben raus. Essen den Mist. So. Und jetzt kochen wir mal eben was. Und zwar teste ich einfach mal aus Spaß. Das, das, das und Honig. Ja, war richtig. Guck. Oh. Zwierdnacht. Gute Nacht. Guten Morgen, Sonnenschein. Direkt mal wieder ein Vogel. Bäm. Das Feuer ist immer noch an. Sehr schön. Gut zu wissen. Ja, äh. Dann crafte ich vielleicht nochmal eben. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hä? Habe ich davon keine mehr? Nö. Da. Yay. Okay. Dann. Nein. Ich wollte das eigentlich behalten. Dann. So. Ja, komm. Research mal den Mist. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Rezepte es gibt, Leute. Es ist so, so krass. Das ist echt übertrieben. Verbrennen? Nee. Sonst noch irgendwas zum Verbrennen? Hallo? Hallo? Schnell, schnell, schnell. Bäm. Okay. Dann heben wir mal eben die ganze Scheiße hier auf. Die wir dann vermutlich auch direkt verkochen können. weil man kann... Alter, was ist das denn? Okay. Alter, was ist das? Was ist das? Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden hat, macht. Ey. Ey. Hey. Du bleibst hier. Ich töte dich jetzt, du Arschloch. Was soll das denn? Sag mal, was erlaubst du dir? Was ist das denn für ein dreister Typ? Bleibt stehen. Haltet den Dieb. Haltet den Dieb. Guckt es euch an. Ja, klar. Genau. Genau. Da macht er... Er hat sich da im Schalosch und ist weg, oder was? Oh. Harvest Crockpot. Ja. Honeyham. Honeyham. Mal gucken, wie viel das bringt. Oh yeah. Das bringt viel. Ähm... Ist gar nicht mal so schlecht angelegt, würde ich sagen. Nö. Ja, toll. Da stöbert der meine Kiste durch. Was erlaubst du dir? Mal. Mal. Naja. Egal. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Oh. Äh, kein Platz mehr. Mal. Was geht denn ab, ey. Sekunde. So. Ja, toll. Das beruhigt mich natürlich, ne. Dass meine Kisten mal so gar nicht sicher sind. Gucksack kann ich machen. Äh. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal eben eine neue Waffe craften. Mal eben. Weil ich hier auch so viele Materialien hab. Ähm. Chemie-Engine, Science-Machine. Ich hab hier alles. Ah, guck ich mich gleich nochmal ihm um. Wenn ich die Sachen hier aufgehoben habe. Jetzt hab ich die Kohle aufgehoben. Ah. Kann ich den eigentlich töten? Ne. Schade. Ich könnte allerdings mal eben. Wo ist sie denn? Wo bist sie denn? Hallo? Da unten, glaub ich. Ja, hier. Auf den Boden werfen. Und eine. Strohrolle machen. Genau. Wieder ein bisschen Gras verschwendet. Ich hab aber auch gerade ziemlich viel. Oh ja. Ich bin Rich Nigger. Und in drei Tagen sollte der Bart wachsen, soweit ich mich erinnere. Es waren noch so viele Tage, oder? 15 Stück und ab Tag 70 hab ich ihn wachsen lassen. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Ist der Sweet. Zack. Bin voll. Eine Runde schlafen. Nochmal so eine Rolle. Oh. Oh. Ist der, ist der jetzt gerade noch größer geworden, oder habe ich gerade Hallos? Ich glaube, der ist noch größer geworden. Ich meine schon, ja. Sie können ja die Kohle mal ihm wegpacken. Dann die Strohscheiße basteln. Und den Bart einfach mal abrasieren. Kann auch sein, dass ich mich jetzt einfach vertue und das gar nicht der Fall war. Alter. Alter. Das dauert. Ey, wie lange denn? Wow. Oh yeah. Alter. Ja, neun Stück. Passt. Sehr nice. Hahaha. Neun Stück. Übertreib doch mal. Übel. Äh, gut. Dann packen wir nochmal eben was in den Kochtopf. Was haben wir denn da? Oder was können wir denn machen? Ach, das geht auch. Okay. Zwei, drei. Ich frage mich nur, ob es sich dann wirklich lohnt. Ich mache es jetzt einfach mal. Äh. Fleisch wegpacken. Dann den Rest aufheben. Diep-dopp. Ich frage mich, ob ich den Typen jemals wiedersehen werde. Den Dieb von eben. Das wird ziemlich gemein. Ich frage mich nur, ob ich den Typen jemals wiedersehen werde. Hm. Ja. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas Tolles herstellen. Müssen wir mal eben warten. Ich gucke mal eben. Was gibt es denn hier noch Tolles? I'm so hungry. Ja, wie oft denn? Ach du Kacke, was man da für einen Schwachsinn machen kann. Dann, ne? Aber eigentlich ist das, denke ich, das Beste, was ich produzieren kann. Barthaare. Was brauche ich denn nochmal dafür? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her. Pickhaus. Pickskin. Ey, da brauchte ich vorher aber nicht, oder? Pickskin? Ne. Ich erinnere mich nicht da dran. Birdcage. Seeds. Papyrus. Ja, holen wir uns gleich auch. Das ist, denke ich, das nächste Ziel. So, was wollte ich gucken? Meat-FEG. Da unten irgendwo. Amulett. Red Gam. Hm. Steak. Barthaare. Und Holzbretter. Gut, das sollte ich irgendwie besorgen können. Jetzt haben wir schon elf. Alter. Ist das krass. Ist das krass. Oh, da ist es fertig. Nice. Dann nimm dir den Dreck mal. Ess den. Wow. Ich glaube, der lohnt sich gar nicht. Zack, zack, zack. Kochen. Und dann den Mist wegpacken. Dann, was soll ich mit dem ganzen Gras hier jetzt machen? Ich hätte nie gedacht, dass ich zu viel Gras hätte bekommen würde. Tut und tun. Äh. Bis zum nächsten Mal.